Ich weiß, dass jeder Hoffnung verkauft. Hoffnung ist ein Trick. Sie ist ein psychologischer Trick. Sie ist ein Knochen vor dir, den du nie erwischen wirst. Sie ist ein Wahnsinn, der dich nicht einen Moment lang ruhen lässt. Hoffnungslos. Kein Problem. Übe dich in Hoffnungslosigkeit. Namaskaram Sadhguru. Meine Frage ist, ist es in Ordnung, sich etwas hoffnungslos hinzugeben, auch wenn dein logischer Verstand dir sagt, nein, es wird nichts passieren? Ist es in Ordnung, sich etwas hoffnungslos hinzugeben? Wie du sagst, es ist eine sehr süße Sache, die einem widerfährt, wenn man hingebungsvoll ist. Wirklich hingebungsvoll. Einer Sache hingeben. Pralinen. Wüsst du das auch? Vielleicht gegenüber etwas oder jemandem oder was auch immer. Okay, okay. Devotees. Schon in der Artikel. Wenn man sich die berühmteren Devotees anschaut. Es gab viele, die unbekannt sind. Berühmtere Devotees, wenn man... Man nehme mir Mirabai. Man nehme... Die Nayanmars und viele, viele bekannte Devotees von heute. Ob Akamahadevi oder viele von ihnen. Viele bekannte Devotees, die sich in der Geschichte einen Namen gemacht haben. Sogar solche, die nicht bekannt sind. Lass uns nicht über ihr Leben sprechen. Das ist etwas anderes. In ihrem Inneren waren sie in einem großartigen Bereich. Aber in ihrem Leben haben sie immer zu viel Ärger angezogen. Immer. Denn wie du sagst, hoffnungslos hingegeben. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Wort, hoffnungslos hingegeben. Aber Hoffnungslosigkeit ist eine gute Sache. Ich weiß, dass jeder Hoffnung verkauft. Das ist ein psychologisches Spiel. Du kannst experimentieren. Ich spreche mit dir nicht über Hingabe, aber lass mich über Hoffnungslosigkeit sprechen. Jeden Tag. Wenn du eines Tages plötzlich das Gefühl hast, dass es hoffnungslos ist, wirst du vielleicht deprimiert sein. Einfach jeden Tag siehst du, dass es eigentlich hoffnungslos ist. Wohin besteht die verdammte Hoffnung? Du wirst sowieso sterben. Wo ist die Hoffnung für dich? Es ist ein hoffnungsloses Leben. Wenn du dich mit der Hoffnungslosigkeit abfindest, wirst du sehen, dass das Leben ohne Hoffnung wirklich wunderbar ist. Wenn es keine Hoffnung gibt, gibt es keine Erwartung. Wenn es keine Erwartung gibt, gibt es auch keine Enttäuschung. Du lernst einfach, es zu genießen. Der Frühling kommt. Hier ist es nicht wie in Europa oder Amerika. Der Frühling bedeutet, dass dir alle hellen Farben ins Gesicht strahlen. Nein, auf dem Baum werden sich subtile Dinge abspielen. Du musst sie suchen. Wie ein Juwel sitzt es gerade auf dem Baum. Du musst danach suchen. Es wird dir nicht ins Gesicht springen. Denn dies ist ein tropisches Klima. Es macht dann diese Art Dinge für dich. Du weißt praktisch nicht einmal, wann es von Winter auf Frühling gewechselt hat. Es ist nicht wie in einem kalten Land, wo es wirklich kalt ist und dann kommt das Sonnenlicht heraus. Dort sind die Veränderungen dramatisch. Hier ist es subtil. Du musst aufmerksam sein. Wenn du hoffnungslos bist, würdest du allem Aufmerksamkeit schenken. Die verdammte Hoffnung versetzt sich ständig in einen halluzinatorischen Zustand. Übe dich daher in Hoffnungslosigkeit und mach dir keine Gedanken über Hingabe. Finde dich mit der Hoffnungslosigkeit ab. Hoffe nicht. Du schaust jetzt sehr enttäuscht. Praktiziere Hoffnungslosigkeit. Bewusste Hoffnungslosigkeit. Es ist wirklich hoffnungslos. Du wirst sehen, du wirst in deinem Leben an einem guten Platz stehen. Hoffnung ist ein Trick. Sie ist ein psychologischer Trick. Sie ist ein Knochen vor dir, den du nie erwischen wirst. Wenn du eine Halterung für einen Hund mit einem Knochen anbringst, wird er sein Leben lang laufen. So ist Hoffnung. Werde hoffnungslos. Wo ist die Hoffnung für dich? Glaube mir. Das Beste, was dir passieren kann, ist das Isha-Krematorium. Sonst weiß ich nicht, wo du sterben wirst. Es gibt also keine Hoffnung. Glaubst du, du wirst davon kommen? Glaubst du, du wirst davon kommen? Nein. Deswegen keine Hoffnung. Finde dich mit deiner Hoffnungslosigkeit ab. Du wirst sehen. Du wirst so schön werden. Diese verdammte Hoffnung macht dich so realitätsfremd. Alle möglichen Explosionen in deinem Kopf, die nichts mit der Realität zu tun haben. Wenn du hoffnungslos wirst, wirst du einfach tun. Was du tun kannst, wirst du tun. Was du nicht tun kannst, wirst du nicht tun. So sollte das Leben sein, nicht wahr? Was immer wir tun können, muss geschehen. Was wir nicht tun können, ist kein Problem. Hoffnung ist nicht so. Sie ist ein Wahnsinn, der dich nicht einen Moment lang ruhen lässt. Du kannst deine Augen nicht schließen, wenn du sehr hoffnungsvoll bist. Und ich sage schon ja, Meditation. Zu viel Hoffnung lässt dich deiner Augen nicht schließen. Hoffnungslos? Kein Problem. Übe dich in Hoffnungslosigkeit. Mach dir keine Gedanken über Hingabe. Denn worüber du redest, ist keine Hingabe. Du bist nicht ganz, was du willst. Danke. Du bistlighet. Und dann bist du nichtjer. Und dann bist du nicht.